Ich spiele den allerschlechtesten Kaizo-Mario-3D-World-Hack auf dem Markt. In dieser Mod müssen wir Ziele suchen, die Sterne sind an ganz kuriosen Orten versteckt und um Level zu beenden, brauchen wir teilweise Impossible-Jumps. Schaffe ich es, die erste Welt durchzuspielen und alle Sterne à la Heitenseek zu finden? Somit sliden wir in den schlechtesten Kaizo-Mario-3D-World-Hack und Peach beginnt direkt oben. Es ist doch zu schön. Vor allem das Game ist gerade übelst am Leggen. Man sieht's nicht so ganz, es sieht immer noch relativ flüssig aus, weil halt so viele... Okay, wir sliden einfach rüber. Warum ist hier eine Röhre mitten im Nichts? Vor allem, ich verstehe halt nicht, warum das als Kaizo-Mario-Mario-3D-World-Hack ist. Ich kann euch nicht sagen, warum, aber diese Szene hat gerade irgendwas Sexuelles. Aua. Vor allem, die Starten mit sieben Leben fällt mir gerade auf. Warum haben wir denn... Nein, sieben Leben, ich glaube schon. Vielleicht, weil wir eine Katze sind. So, wie geht's weiter in diesem wunderbaren Hack? Wow! Wenn wir jetzt hier reingehen, sind wir trotzdem in der Röhre? Tatsächlich, es sieht nur anders aus. Schön, einfach nur schön. Wow, 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 wow. Habt ihr die Laufmute des Hasen gesehen? Moment mal, mir fällt jetzt gerade erst auf, dass wir den ersten sterben. Nein, das kann nicht sein. Ich hab keinen Bock, in dieser Gumbagarde nochmal zurückzulaufen. Oh! Also, wir sehen den Schatten der Röhren. Die Röhre ist aber nicht da. Okay, das ist cool. Also, ich mag solche Stellen sehr, sehr gerne, wo man ein bisschen überlegen muss, wie man an höhere Stellen kommt. Aua. Da kommt die Kaizo-Mario-3D-World-Erfahrung raus. Vor allem, wir sind einfach durch die Blöcke geslidet. Als wenn es nichts wäre. Als wenn... Nein! Das ist ein Epic-Fail. Ja. Der Stern ist nicht hier. Warum ist der Stern nicht hier? Wenn der Stern nicht da ist, wo ist er dann? Guck mal, die Mittelflagge ist mitten im Mix, fällt mir gerade auf. Dort unten rechts ist die Mittelflagge. Ja, die Mittelflagge ist ja eh recht überbewertet. Alle sagen das. Ist der Stern vielleicht hier in der Spalte? Das habe ich öfter schon mal gesehen in solchen Hacks oder Mods. Hä? Ich check jetzt gerade nicht so ganz. Wo soll eine erste Stern sein? Das Ende sieht eigentlich auch relativ normal aus. Klar. Oh! Das Ziel ist weg. Ich liebe es, wenn das Ziel weg ist. Ich kann mir nichts Geileres vorstellen. Moment mal, ne? Typisches... Wow! Das war knapp. Typisches Versteck für den Stern natürlich hier unten. Führt uns die Warp-Box wirklich wieder nach oben oder ist das ein Troll? Das ist ein Troll? Vor allem darf ich mal anmerken, es gibt zwei Welten dieser Mod, die man in diesem Stil spielen kann. Guck mal, ich drücke nichts. Peach geht automatisch wieder nach oben. Ist vielleicht wirklich in dieser Menge hier irgendwas? Irgendwas? Es war ja klar, dass ich jetzt meine Katzenloche verlieren muss. Weil ansonsten bin ich am Ende mit meinem Latein. Und wie gesagt, ich kann nur Spanisch. Okay. Naja, wir werden einfach ganz simpel ein Ziel laufen. Also, wenn es funktioniert, ganz simpel ein Ziel zu laufen. Ich kann da nicht durch. Okay. Dann auf ganz altmodischer Basis versuchen wir irgendwie da hoch zu sliden. Moment. Trick Jump LP lässt grüßen. Hä? Moment mal. Ist hier eine unsichtbare Wand? Nein. Puh. Oh, ich hab mir fast in die Hosen geschissen, dass hier irgendwo eine unsichtbare Wand wäre. So, guck mal. Hier ist ja normalerweise das Ziel. Aber das Ziel hat sich gedacht, Bruder, muss los. Bin nicht mehr da. Meine einzige Vermutung, die ich jetzt an der Stelle noch habe. Wir haben dort am Anfang dieser Area hier oben eine Röhre. Und ich hab ein paar Röhren außen gesehen. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das Ziel irgendwie außen verlagert worden ist. Mann, was ist das? Nachdem ich durch den Tod aber eh nochmal am Anfang des Levels war, suchte ich hier den fehlenden Grünstern und wurde fündig. Wirklich? Der Stern ist hier am Anfang? Ich hatte gerade halt so einen Geistesblitz, weil ich dachte, vielleicht ist das Ziel hier irgendwo. Ja, meine einzige Vermutung an der Stelle ist jetzt noch, dass wir eine Röhre müssen. Nein, das kann nicht sein. Die Röhren sind viel zu random. Was? Oh mein Gott. Hier ist das Ziel. Jörg, wo ist... Wo ist das Ziel? Ich mache es doch noch hier. Warte, wenn ich diesen Pilz nehme, ist es vielleicht einfacher, zum Ziel zu kommen oder dran zu springen? Ich kann ja gar nicht einschätzen, wie weit das Ziel weg ist. Ist das vielleicht ein Prank? Das kann doch nicht sein. Wir haben sogar jetzt einen goldenen Tanuki. Aber zählt das Endergebnis des Levels jetzt eigentlich, wenn ich diesen goldenen Tanuki nehme? Hä? Ich check das nicht. Das kann nicht sein. Irgendwann muss ich doch da dran springen. So, jetzt kommt der Fotomodus. Jetzt fahren wir die Haken-Geschütze auf. Wie weit ist es weg? Kann ich die Kamera nicht mehr drehen, bitte? Ja! Oh mein Gott, es war weiter weg als gedacht. Wir haben es geschafft. Es war so schrecklich. Ich habe böse Bock. Ja, okay. Einfach nur ein paar Koopas und die Röhre ist ganz rechts. Bro, was ist die Mission des Pixel-Marios? Hampelmänner machen gar keinen Bock. Und zwischendrin joinen einfach super viele Koopas hier ohne Grund. Wir lassen die einfach mal machen. So, die Röhre zack, tot. Doch nicht cool. Mal schauen, ob mich das nächste Level auch so zu Weißglut bringen wird. Das ist neu und interessant. Das bedeutet, dass wir aus diesem kleinen Loch hier auch wieder raus müssen. Das ging irgendwie besser als gedacht tatsächlich. Ich habe mir vorgestellt, dass es doch jetzt schwieriger wird irgendwie. Warum ist hier so eine riesige Röhre? Führt sie in die Wand? Die Mittelflagge ist weg. Warum ist die Mittelflagge weg? Eben war sie doch noch hier, Regel, Regel. So, hier ist ja normalerweise eine Warp-Box. Normalerweise ist hier eine Warp-Box. Führt diese Röhre in die Wand hinein? Wo bin ich? Alter, ich bin in den Backrooms oder so. Zumindest bin ich jetzt in der Wand drin geglitscht. Also normalerweise ist ja hier irgendwo der zweite, dritte Stern, was auch immer. Aber wir reden ja auch nur vom Normalfall. Dieses Level oder dieser Hack oder was auch immer, das hier sein soll, ist ja nicht normal. Ja, wir haben den dritten Stern, aber wo zum heiligen Bimbanios soll der zweite sein? Wisst ihr was? Es ist mir egal. Wir beenden jetzt einfach dieses Level. Boah, das ist auch noch so ein Secret beziehungsweise Rätsel. Wo dann diese Drecksterne... Oh Mann! Wo ist denn das Ziel jetzt schon wieder hin? Nein, das sehe ich nicht ein. Das Ziel muss doch hier sein. Come on! Alter, was ist das? Was ist das für ein Fiebertraum, Junge? Was ist das für ein Fiebertraum? Ich habe 111 Leben. Aus welchen Gründen noch? Oh nein, ich habe das Ziel gefunden. Ich habe das Ziel gefunden. Ich habe das Ziel gefunden. Es ist direkt hier. Oh mein Gott. Ja, ist das schön. Mein Leben ist schön. Ich liebe mein Leben. Ja! Warum muss das Ziel denn immer außerhalb sein? Es ist so schwer einzuschätzen, wie man da ranspringt. Welt 1, Level 3. Schön viele Piranha pflanzen. Was will man mehr? Wir haben schon mal einen groben Überblick über das Level. Das sieht aber gar nicht so... Oh, da ist eine Röhre. Warum ist da links eine Röhre? Ich weiß es nicht, aber wir können auf jeden Fall mit unserer Katzenblume easy da ran. Ja, aber umso lustiger ist es hier jetzt gerade. Wir können hier einfach mit der Katzenblocke langsliden und einfach die Attacke spanen. Also hier ist nichts, aber die Röhre ist da. Genau hier, ne? Vorsichtig, vorsichtig. Nein, 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 nicht runtersliden. Slide dich runter, runter. Da, Peach. Ja, es hat funktioniert. Oh mein Gott. Ja, es ist schön. Und da haben wir wahrscheinlich auch den ersten Stern jetzt hier, oder? Ja, und das wird wahrscheinlich wie in dem normalen 3D-World ähnlich sein. Hier nochmal so eine andere Münzenkombination. Hätte ich böse gefühlt und hätte mich nochmal anders zur Verzweiflung gebracht. Weil Verzweiflung ist das Gefühl, was ich am meisten spüre in solchen Aufnahmen. Hier, 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 hier. Zweiter Stern? Oh. Warum ist das denn der zweite Stern? Warum kann das denn nicht der erste Stern sein? Warum denn nicht? Das kann doch nicht sein, dass wir so wenig Sterne finden. Aber ich habe alles abgesucht. Der dritte Stern wird wahrscheinlich oben in der Wolke sein. Oh. Oder halt doch nicht. Dankeschön für nichts. Was? Bro, warum? Warum ist das denn so hier? Oh Mann, ich sehe schon, das Ziel ist wieder am Rand da hinten. Ich mag nicht mehr. Ja, natürlich spawnt die Warp-Box hier unten. Halt dein Maul. Hier ist auch weit und breit nichts. Ich check doch nicht, was das Game von mir möchte. Warum ist dieses Spiel denn so? Ja. Guck mal, es kann ja so easy sein. Das ist der zweite Stern? Warum ist das denn der... Wo ist denn dann der dritte? Ich verstehe gar nichts mehr. Ja, first try. Dann gönnen wir uns mal den Wasserspaß mit Plessy. Sieht bisher normal aus. Ich habe einfach ein ganz dickes Hä, weil es ist wie immer. Ah, nein, 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 nein. Ah, ja. Der Stern hier vorne, Junge. Let's go. So. Ganz simpel. Stempel ist da hinten. Zweiter Stern. Okay. Ja, der ist ein bisschen gemeiner jetzt platziert worden. Ein bisschen weiter links. Aber das ist es dann auch gewesen. Das Plessy-Level war irgendwie super unspektakulär. So. Den dritten Stern habe ich jetzt weit und breit nicht gesehen. Bedeutet eventuell, dass er wieder am Ende platziert ist. So kurz vor der Zielflagge. Oder hier drunter. Eww. Was ist das denn bitte? Das war jetzt wirklich easy. Bitte, bitte, bitte krieg es hin. Okay. Ja. Ey, das ist irgendwie schwieriger einzuschätzen, als es jetzt wahrscheinlich gerade aussieht, diese kack Zielflagge zu treffen. Here we go. Ja, hier ist wieder ein bisschen Gegner gespampt. Das war es dann aber auch schon. Ah, ist das schön. Das ist so schön. Hier wieder ein paar Bienen. Und im Normalfall ist es ja so, dass wir jetzt hier oben irgendwas finden, ne? Wir finden aber die Warpbox jetzt nur hier oben. Boah, diese dreckige Kameraperspektive. Vor allem alle Mittelflaggen sind weg. Also die sind safe nicht weg. Die schweben einfach bestimmt irgendwo nix. So, wir haben schon die Hälfte des Levels geschafft. Weit und breit noch gar nichts. Es kann einfach nicht sein, dass wenn man straight diese Level durchläuft, einfach gar keinen Anhaltspunkt in der... Was ist das denn? Ach so, wow. Die Warpbox ist jetzt hier oben. Die müssen wir erreichen. Okay, 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 okay. Oh, warte mal. Wie machen wir das denn am besten? Hä? Ja, boah. Am Zaun mussten wir jetzt hersliden. So, der Stern ist hier hinten links. Kennt man ja den Hasen. Das ist aber der zweite Stern. Alright, alright, alright. Das haben wir auch schon mal soweit gut erledigt. Jetzt der dritte Stern am Ende plus irgendwie den Stempel. Ja, und das Ziel fehlt natürlich wie immer. Ich liebe es. Ich sehe das Ziel auch nicht. Die Plattformen hier in der Mitte fehlen auch komplett. Ich sehe keinen dritten Stern. Ich sehe nur Verzweiflung in meinen Augen. Und ich kann mir selber nicht in die Augen schauen. Ja, Manege frei. Hallo. Oh man, wo ist denn das Ende dieses Levels schon wieder? Ah, Bro. Halt dein Maul. Jetzt beginnt es wieder mit der sportlichen Kameraperspektive. Ja, sogar mit Katzenattacke haben wir es irgendwie hinbekommen. Aber wo sind die Sterne? Wir sliden nochmal rein. Noooin. Ja, wie komme ich denn da jetzt ran? Nein, 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 nein. Ja, ha, 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 ha. Geil. Da haben wir den ersten Stern. Der dritte Stern muss ja irgendwo hier sein. Ich habe ihn gehört. Moment. Ja, ha, 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 ha. Oh, GG, Alter. Maximales GG. So, wie spooky kann ein Captain Toad Level? Die Sterne sind wirklich anders. Die Sterne. Oh, ist das schön, Junge. Ist das schön. Ja, okay. Aber das ist eine coole neue Herausforderung, wenn die Sterne anders platziert sind. Bam. Nein. Ich glaube, ich muss von oben holen. Ah, nee, von der Plattform springen wir einfach runter. Yes. Star number one, Reasley. Ja, der Stern ist ja eigentlich... Sollten wir den Stern nicht zuletzt holen, weil ich glaube, da sterben wir, wenn wir den holen, ne? Den holen wir zuletzt. Das ist, glaube ich, ein guter Plan. So, wir haben jetzt den vorletzten Stern gesnackt. So, Toadie, sammel den bitte ein. Ah, nee, wir hätten es doch geschafft. Okay, war easy. Sehr interessant, aber mal die Sterne in einer anderen Reihenfolge einzusammeln. Und trotzdem ist Toad am Ende auf diesem Turm drauf. Okay, let's go. Auf geht's ins letzte Level der ersten Welt. Die zweite Welt ist ja auch noch in diesem Stil. Wenn ich die zweite Welt in dem Stil ausspielen soll, schreibt es mir gerne in die Kommentare hinein. Was ist das eigentlich schon wieder für ein Fiebertraum hier mit diesen Fußbällen? So, Bowser hat sich gedacht, alter, wie viele Fußbälle wollen wir reinpacken? Und, äh, Bowsers Architekten so, ja, Mann, ja. Und Bowser so, ich hab doch gar keine Zahl gesagt. Und Bowser's Architekten, ja, Mann, ja. So, einfach aus dem Weg. Oh, yes. Die Brücke wurde hier auch entfernt. Oh, die ersten richtigen Kaizo-Elemente hier. Wir sliden hier nach oben. Geschwind. Okay, wozu haben wir diese Plattformen gehabt? Hä? Ich wär wirklich mit nem ganz anderen Jump hier nach oben gekommen. Ja, aber sehr real. Guck mal, damit haben wir jetzt schon die ersten zwei Sterne. Die waren immer noch gleich positioniert. Und was ist das für ein Fiebertraum da hinten? Alter, was soll das denn, Mann? Okay. Ja. Die explodieren auch sofort. Oh, wait a minute. Was, wenn der Stern hier oben platziert ist? Ja, ist ja. Ich hör den. Ich hör den Stern. Das ist ein freaking cooles Versteck für den dritten Stern. Aber wo ist die Warp-Box? Oh, nein. Die Warp-Box ist tatsächlich hier. Nein! Oh Mann, warum ist das denn so? Oh. Bro. Komm schon. Ja, wir haben es. Okay, 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 okay. Wie wird der Bowser-Fight? Wie wird der Bowser-Fight? Warum von so weit unten? Äh, oben, was auch immer. Was, Bruder? Okay, die Katzen-Glocke. Alter, wie wird der Bowser-Fight sein? Ist irgendwas anders? Kommt jetzt irgendein Hindernis, was wir jetzt direkt schon in diesem Screen sehen? Bowser sieht aus wie immer. Und ich glaube, dieser Bowser-Fight ist auch wie immer. Das sieht relativ unspektakulär bis dato. Was ist das da hinten? Ist das ein Hut? Das ist irgendwas Neues. Okay, wir müssen Bowser so schnell wie möglich erledigen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ihr dasselbe seht wie ich da hinten, aber das sieht irgendwie ganz anders aus. Komm schon, Bowser, wirf noch einen Fußball. Genau, so. Ganz kurzer Prozess. Hallo? Oh, wir, wir... Oh, vor der Zielflagge, danke. Okay, und damit benden wir die erste Welt von diesem dreckigen, schlechten Kaizo-Hack, Alter. Boah! Ich spüre es im Urin, dass du mich weiterhin leidend sehen möchtest in einer neuen Mario 3D-World-Mod. Und von daher kann ich dir dieses Video hier empfehlen, denn diese 3D-World-Mod war echt schwierig und ich war teilweise am Verzweifeln.